Moin lieber Senor, liebe Senorita, lieber Faktorianer. Das, was du hier sehen kannst auf unserer wunderschönen Karte, das ist keine moderne Kunst, sondern die Dangerous Mod. Was diese Mod im Einzelnen macht und warum du sie vielleicht für deinen nächsten Spielstand benutzen möchtest, das erkläre ich dir nach dem Intro, also bleib gerne dran. Ja, in Episode 21 des Mod Mondays haben wir uns eine Mod angeguckt, die dafür sorgt, dass wir unendlich viele Rohstoffe in Faktorio haben. Die Mod, die wir uns heute angucken, die sorgt im Grunde für dasselbe. Auch diese Mod gibt uns quasi unendlich viele Rohstoffe, allerdings über eine etwas andere Herangehensweise und mit einem kleinen Haken. Aber erstmal vielleicht das Positive. Ja, ihr habt schon gesehen eben in der Vorschau vor dem Intro, wenn ich mal die Map aufmache, dann könnt ihr hier sehen, dass wirklich nahezu jedes Feld mit der einzigen Ausnahme von unserem Startgebiet, ihr könnt das hier sehen, wir haben hier einen so richtig schönen Kreis, der ressourcenfrei ist, aber sonst ist jedes Feld auf der ganzen Faktorio-Welt irgendein Ressourcenfeld. Da haben wir die Steine, das Eisen, das Kupfer, die Kohle, wie sonst auch. Die einzige logische Ausnahme sind dann noch die Wasserfelder, da sind natürlich dann keine Rohstoffe drauf. Aber ja, jedes andere Feld beherbergt irgendeine Ressource. Und wenn wir uns mal hier bei unserem Startgebiet die ersten Ressourcenfelder angucken, dann sehen wir hier 37 Kupfererz und daneben 37 und dann wieder 37. Gehen wir aber ein Feld von unserer Startposition weiter weg, sehen wir, sind es schon 38 Kupfereinheiten und dann 39 und dann 40. Laufe ich jetzt einfach mal in den Norden dieser Kupferspur hinterher, dann seht ihr, dass die einzelnen Felder immer mehr Kupfer beherbergen, je weiter wir uns von unserer Startposition entfernen. Ich bin jetzt ein kleines Stückchen in den Norden gelaufen und jetzt können wir schon sehen, haben die einzelnen Felder immerhin 545 haben wir jetzt hier Einheiten Kupfer. Das heißt, die Felder direkt an unserem Startgebiet sind noch relativ unreich oder arm, man könnte auch arm sagen, an Ressourcen. Aber je weiter wir uns von unserer Startposition entfernen, desto reichhaltiger werden die einzelnen Ressourcen vorkommen. Das sind die guten Nachrichten. Ja, die schlechten Nachrichten allerdings sind, dass wir natürlich wie gehabt hier unsere Erzförderer positionieren können, die elektrischen oder die beheizten, die befeuerten. Aber sobald wir versuchen, irgendetwas anderes und sei es auch nur ein Förderband auf Erzen zu platzieren, wird das, was wir platzieren, sofort zerstört. Egal, ob es Kisten sind oder Greifarme oder sogar Strommasten werden zerstört. Das macht es natürlich relativ schwer, diese ganzen Ressourcen abzuernten und ihr seid quasi permanent damit beschäftigt, zu expandieren. Ich meine, ihr könnt das hier sehen, die Erzförderer, dadurch, dass sie natürlich mehrere Felder abernten, haben dann schon ein bisschen was unter sich liegen und können eine Zeit lang stehen bleiben. Aber gerade am Anfang des Spiels seid ihr natürlich gut dahinter her und diese Dinger sind sehr schnell leer gesaugt und ihr müsst neu platzieren. Und je weiter ihr euch aber, das habt ihr ja eben gesehen, von der Startposition entfernt, desto länger können die Sachen dann später stehen bleiben. Aber hier müsst ihr euch den Platz für eure Basis halt wirklich erstmal verdienen, weil ihr nicht einmal, ich zeige es gerne nochmal, weil es so verrückt ist, Förderbänder positionieren könnt. Sie bleiben nur stehen, wenn sie nicht auf Erzen sind. Jo. Das ist der Preis, den ihr für diese unglaubliche Masse an Ressourcen zahlen müsst. Ihr könnt euch das Ganze aber auch ein kleines bisschen einfacher gestalten. Wenn ihr vor dem Spiel startet, also wenn ihr eine neue Karte anfangt und auf New Game klickt, habt ihr hier unten ja die Mod-Settings, die ihr einstellen könnt. Stellt euch das alles so ein, wie ihr das haben wollt, wie eure Karte aussehen soll und dann geht ihr unten auf Mod-Settings, klickt hier oben auf Map und dann habt ihr, das ist normalerweise auf 50 eingestellt, hier das Dangerous-Optionsfeld, nenne ich das jetzt einfach mal. Also ihr habt hier vier Sachen, die ihr einstellen könnt für die Mod. Das erste ist der Starting Radius. Hier könnt ihr den Radius eintippen, in dem keine Ressourcen spawnen sollen in eurem Startgebiet. Ihr habt es eben gesehen, diesen Kreis, den ihr eben gesehen habt, das waren 50 Felder und ich weiß nicht genau, wie hoch wir hier können auf 1000, schätze ich mal. 1000 nicht, aber wahrscheinlich 999 auch nicht. 500 geht, 600 geht nicht mehr. Okay, wir lassen mal 500. Das habe ich nämlich schon vorbereitet. Ein Radius von 500 würde so aussehen, dass wir also hier deutlich mehr Platz haben, um unsere Basis aufzubauen. Und ihr seht es, also in diesem Radius sind auch wirklich absolut gar keine Rohstoffe gespawnt, bis auf diese Öl-Patches, die wir hier haben und die gegnerischen Basen. Aber die eigentlichen Ressourcen, die Erze, sind erst 500, in einem Radius von 500 um unsere Startposition herum tauchen die erst auf. Die zweite Option, die wir einstellen können, ist wieder ein Radius und der nennt sich Simple or Radius. Als Beschreibung steht hier, dass Uran oder andere Erze die Flüssigkeit oder Gase oder sowas brauchen, um abgeerntet werden zu können. Erst außerhalb dieses Radius anfangen zu spawnen. Im normalen Spiel ist es nur Uranerz, wofür wir ja die Schwefelsäure brauchen, um das abzuernten. Wenn man aber mit Mods spielt, die andere Erze in das Spiel einfügen, dann werden auch die Erze, die schwerer abzuernten, halt durch die Mods sind, außerhalb dieses Radius erst platziert. Das hat den ganz einfachen Grund, stellt euch vor, ihr habt jetzt, euer Startgebiet ist umschlossen von einem Uranfeld. Ja, und dann könnt ihr das nicht abernten, weil ihr noch nicht so weit seid, dass ihr Schwefelsäure habt. Ihr könnt aber auch nicht weiter expandieren, weil ihr keinen Platz habt, um eure Gebäude zu bauen oder weil ihr keine Rohstoffe mehr habt. Das soll quasi einfach nur dafür sorgen, dass gewährleistet ist, dass ihr euch genug Platz freischaufeln könnt, bevor ihr die höheren Technologien braucht, um die komplizierteren Erze abzuernten. Wie gesagt, in Vanilla ist das nur Uranerz, aber da die Mod Dangerous sehr gut kompatibel mit anderen Mods ist, die neue Erze ins Spiel einfügt, macht das, je nachdem mit welchen Mods genau ihr Spiel, sehr viel Sinn, diese Zahl vielleicht ein bisschen hochzuschrauben. Die dritte Option, die kleine Checkbox hier, ist der sogenannte Easy Mode. Und da kommen wir wieder drauf, als ich gesagt habe, ihr könnt es euch ein bisschen leichter machen. Wenn ihr das anklickt hier, erlaubt euch das immerhin, immerhin, Strommasten, nicht Mästen, wie ich es immer so gerne falsch sage, sondern Strommasten auf den Erzen zu platzieren und Förderbänder, was sonst dann normalerweise nicht geht. Ihr könnt dann zwar immer noch keine Kisten, oh doch, Kisten gehen auch, Greifarme? Greifarme nicht, aber sogar Kisten könnt ihr platzieren, das wusste ich gar nicht. Also diese Dinge könnt ihr dann platzieren und die bleiben sogar stehen, wenn ihr das dann wieder ausmacht. Also die werden dann nicht zerstört, aber dann könnt ihr keine neuen mehr platzieren. Also das heißt, das, was ihr platziert, bleibt stehen, neue Sachen könnt ihr dann aber nicht platzieren, wie ihr hier seht. Und die Kisten normalerweise, wie gesagt, auch nicht. Aber solltet ihr da irgendwie mal an die Grenze des Machbaren stoßen, sage ich mal, oder solltet euch das dann irgendwie ingame nerven, dann könnt ihr halt einfach die Checkbox anmachen und wenigstens Förderbänder, Strom und scheinbar Kisten, vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen, die nicht aufgelistet sind, platzieren. Und das ist ja schon mal ganz schön. Der Rest wird allerdings dann immer noch eingedampft und kaputt gemacht. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Option, die ihr einstellen könnt. Und zwar ist das der Modus, in dem die Erze generiert werden sollen. Da habt ihr die Wahl zwischen Halb zufällig und Pearl & Noise. Falls ihr nicht wisst, was das eine oder was das andere ist, macht euch keinen Kopf. Ich zeige euch das einfach einmal kurz. Das, was ihr hier seht, ist jetzt die Option 2. Also ihr müsst 1 für Halb zufällig und 2 für Pearl & Noise einstellen. Habt ihr die 2 eingestellt, vor Spielstart, bevor ihr eine neue Karte anfangt, wird eure Karte so aussehen. Also ihr seht hier diese Muster, die so ein bisschen aussehen wie bei diesem, ja, ich weiß nicht, wie moderne Kunst. Lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Also ihr habt hier so diese Muster. Stellt ihr das Ganze auf 1, dann sieht das Ganze, und 1 ist die Standardeinstellung, das heißt, wenn ihr die Mod installiert und euer erstes Spiel startet und nichts umstellt, dann wird das eher so aussehen. Ja, so ein bisschen wie, wenn man den Fernseher früher nicht richtig eingestellt hatte und man nur flimmern hatte. Ja, also ich kann hier mal kurz den Mauszeiger drauflassen und wir sehen jetzt hoch, dass das Eisenerz hier hochgeht. Ich bin jetzt mit dem Mauszeiger auf einem Eisenerzfeld und da geht es auf 12G, 14, 15G, 16, 17G, 18G, 20G. Jo, und ihr seht schon, alles, was jetzt weiß eingefärbt ist, ist Eisenerz. Wir gucken uns das nochmal im Detail an, wenn ich hier jetzt unseren Startbereich verlasse. Es ist alles wirklich durcheinander. Packe ich hier mal einen Mining Drill raus, dann seht ihr, hier sind alle vier Erze, die es am Anfang gibt oder die drei Steine, Kohle und die beiden Erze. Alles unter dem einen Erzförderer. Also das heißt, wenn ihr es euch sogar noch ein bisschen schwerer machen wollt und wenn ihr richtig Chaos haben wollt, dann macht das ruhig, macht Spaß. Und ihr könnt ja auch die grünen Flocken zwischen sehen. Das ist halt das ganze Uranerz. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, deshalb, wie eben schon angesprochen, macht es eventuell Sinn, den Radius höher zu machen, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt, bevor ihr auf Uranerz stoßt. Das ist im Grunde alles, was ihr über die Mod wissen müsst. Falls euch die Mod interessiert, findet ihr den Link, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat oder einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare gerne, welche Mods ihr gerne vorgestellt haben möchtet. Dann packe ich die auf meine Liste und guckt mal nicht, da zu kommen. Teilt meine Videos, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr mich richtig unterstützen wollt, dann guckt am Ende nochmal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Amazon-Link und einen MMO-Link. Wenn ihr über diese beiden Links shoppt, dann kriege ich eine kleine Provision. Damit unterstützt ihr mich finanziell, ohne selbst mehr auszugeben. Es ist Weihnachtszeit. Wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke bei Amazon bestellt und seht, was Gutes tun wollt, benutzt gerne den Link. Das Buch müsst ihr nicht dazu kaufen. Ich musste nur irgendeinen Artikel aus dem riesigen Amazon-Sortiment verlinken. Und das könnt ihr aus dem Warenkauf packen. Ihr seid dann quasi getrackt und alles, was ihr kauft. Da verdiene ich ein kleines bisschen dran. Würde mich super freuen. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Seno. Viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.